Auf die Fersen, der Mann mit der Startnummer 2, Daniel Winterthorn. Alles klar, hier kommt ein bisschen zusammen. Sergej Malicev, er hat hier eine ganz, ganz souveräne Linie. Sergej Malicev, der macht hier das Ding relativ souverän vorneweg. Und jetzt gibt es die letzte Runde angezeigt. Sergej Malicev, das sollte doch klappen vom Startweg. Jawohl, Startzielsieg für Sergej Malicev, Daniel Winterthorn. Und wenn wir in einer positiven Position da ganz hinaushalten.